Die Bauarbeiten auf der B282 in der Arztdurchfahrt Mühltroff sind im vollen Gange. Seit 8. Juli wird der Fahrbahnbelag abgefräst und erneuert. Anschließend werden zwei neue Tragschichten aufgebracht. Die Baumaßnahme umfasst insgesamt vier Abschnitte. Der Verkehr, insbesondere zur A9, wird in diese Zeit großräumig umgeleitet. Gefahrguttransporte müssen die Umleitung über Greiz, Zollenroda und Schleiz nehmen. Inzwischen steht der erste Bauabschnitt unmittelbar vor seiner Fertigstellung. Er betrifft aus Plauen kommend die Passage unmittelbar nach dem Bahnübergang bis zur Einmündung Alte Hauptstraße. Die noch ausstehenden Arbeiten erstrecken sich bis zur Einmündung Friedrich-August-Straße. Das Ende des vierten Bauabschnitts ist für den 18. August vorgesehen. Planmäßig soll der Verkehr dann ab 19. August wieder durch Mühltroff laufen. Eine ähnliche Verkehrssituation inklusive großräumiger Umleitungen wird sich allerdings noch mal in den Herbstferien ergeben. Dann wird der Fahrbahnbelag ab Ortsausgang Mühltroff in Richtung Langenbach erneuert. 10. August